Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wie wir hier sehen, sind die beiden Kids ganz schön wütend. Denn die wollen die Kinder nicht haben. Gut, das sind Dinge, die passieren. Wir machen jetzt einfach weiter. Das war ja noch mitten am Tag. Ich sage jetzt vor allem, wir altern die Kids hier am Dienstag. Ja, ich habe hier oben die mal ein bisschen spielen lassen. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Also es ist nicht wirklich viel passiert seit dem letzten Party. Ich habe nicht viel verpasst. Did... Why? Nein! Hör auf! Ich hasse dich so sehr. Kannst du das bitte reparieren? Oh mein Gott. I cry. Can you... Why? Also ich bin jetzt schon wieder komplett überfordert mit allem. Hallo, kannst du das essen? Wenn das da jetzt hier schon steht, so... Ganz bestimmt gehst du zu irgendwelchen random Leuten. Ich meine, das ist probably dein Vater. Yes. Aber... No! Ihr kennt euch ja nicht. So. Seitdem du ein Baby bist, habt ihr euch noch nie gesehen, Alter. Vor allem sie ist noch immer in ihrer... Krankenhausrobe. Das werden wir mal kurz ändern. Weil ich kann es nicht sehen. Wir werden es noch oft genug sehen, ja? So. Wir werden ihr bestimmt auch irgendwann mal ein Makeover geben, weil ich werde es jetzt nicht für immer so aussehen lassen, weil... Also, klar ist das Outfit geil so, aber ich denke, irgendwann nervt es mich. Aber das sehen wir dann, ja. Hör auf, die Scheiße wegräumen zu wollen. Ich wollte es gerade verkaufen, okay? Stopp damit. Ich brauche das Geld. Dringend. Ich darf keinen Job haben. Tschüss. Nein, wir machen das nicht kaputt. Hör auf damit. Oh mein Gott. Ich heule gleich. Oh mein Gott. Ugh. Why? Das ist alles einfach nur versifft und ekelhaft. Ich werde sie auf jeden Fall noch hier ihren Tag hier krass einmal hier gestalten. Also, dass sie fertig machen, diese Feiertags-Dings. Weil dann kriegt sie ja Lebenszeitpunkte und die werden wir brauchen. Außerdem freue ich mich hardcore, wenn der Sommer vorbei ist, weil dann gibt es nicht mehr so viel Gewitter. Weil, naja, es ist halt schon ziemlich nervig. Endlich hat sie mal Zeit zu schlafen, weil die Kinder waren die ganze Zeit wach und haben irgendwie Probleme gehabt. Absolut nervig, würde ich mal sagen. Aber, sie hat es ja doch irgendwie gemeißert bekommen, ne? Die Kinder müssen bald los. Die haben heute nämlich Schule. Ja. Ja. Und dann müssen wir mal gucken. Oh, es gibt Rechnungen. Aber die sind nicht so teuer, wie ich erwartet hatte. Das ist okay. Und vielleicht kriegen wir noch Post. Das wäre ja ganz nett. Okay, wir kriegen nichts weiteres. Das ist ein bisschen sad. Aber, das werden wir schon empfehlen. Es ist okay, denke ich. Hoffe ich. Wow. Das Kind setzt sich jetzt in eine Pfütze. im Badezimmer. Und geht das tun da. Why? So, sie schreibt jetzt erstmal weiter ein Buch. Das ist, glaube ich, ganz gut. Als ob. Hochschulprojekte, das ist gut. Okay. Alex hat bessere Noten bekommen, das ist gut. Jetzt haben die beide Regenbögen über sich. Ich meine, ich akzeptiere es, aber so. So, geht es dir gut genug, dass du daran arbeiten kannst direkt? Jo, perfekt. So, dann kannst du vielleicht irgendeine Fähigkeit so hoch bekommen, dass es dann so passt. So, du. Du solltest vorher duschen gehen. Das ist kein Problem. Das packen wir. Dann machst du auch dein Projekt. Und dir geht es auch gut genug. Dann beginne auch mal direkt. Ich wäre, by the way, mal dafür, dass wir halt nochmal jemand schon mal kennenlernen. Dass wir dafür bereit sind. Und da wir jetzt halt nur diesen Typen sonst kennen, würde ich ihn einfach mal einladen. Ich will aber nicht reisen. Kann ich ihn nicht nach Hause einladen? Hä, ich kann doch sonst mal Leute noch einladen auf aktuellem Grund. Warum kann ich das hier nicht machen? Hallo? Sind vielleicht Leute hier in der Umgebung. Das könnte ja auch vielleicht sein. Oh, hier sind Männer. Kann ich mal kurz gucken. Der ist... Okay. Wir lernen den einfach mal kennen. Weil sie braucht halt unbedingt mal irgendwie wieder Spaß so. Und das geht halt natürlich am einfachsten, wenn man tächen möchte. Deswegen müssen wir das halt vielleicht so machen. Dann könnte der ja auch unser nächstes Opfer sein, der dann halt mit uns eben Kind zeugt. Was natürlich noch weiter dauern wird, weil wir haben gerade ein volles Haus. Aber theoretisch könnte das unser nächster Baby-Daddy sein. So, sie hat Denken fertig. Perfekt. Dann kann sie direkt Kommunikation lernen. Er scheint auf jeden Fall auf uns anzuspringen. Ich meine, wir knuddeln gerade unter... Ja, Skrl. Das ist ganz gut, ganz gut. Oh nein, jetzt verkackt sie den Kuss. Nicht? Oder? Doch. Nee, hat sie nicht verkackt. Das sah erst so aus. Okay. Äh, ein Laden über Nacht zu bleiben. Dann können wir nämlich tächtelmechteln. Hallo, halt deine Fresse. Du bleibst hier schön bei uns. No boy. Du gehst nicht. Du bist zwar von deinem Kleidungsstil her ziemlich ugly. Vom Gesicht her ist es fein, aber ne? Okay, er bleibt. Das ist perfekt. Wo wohnen wir? Wo ist unser Haus? Da vorne. Wusste ich natürlich. Oh, er hat Kommunikation schon auf Level 3. Dann braucht er jetzt ja nur noch Sim Shape einmal ein bisschen spielen. Und dann können wir ihn altern lassen. Wenn ich das richtig sehe. Wie schön. So, die Zusatzarbeiten von denen sind fertig. Super, die kann ich verkaufen, ne? Wie schön. Bye. So, dann könnt ihr euch um andere Sachen kümmern. Kann der bitte einfach sein Level erreichen? Es fehlt doch nicht mehr viel. Und dann können wir ihn einfach altern lassen. Dann back einfach einen Kuchen. Er hat das Level erreicht. Perfekt. Du hast doch Anfall bekommen. Nein, bitte nicht. Du musst nur einen kleinen Moment Geduld haben, mein Kind. Füge erst die Geburtstagskerzen hinzu, bitte. Brandon. Du darfst älter werden, mein Hase. Let's go. Go for it. Can't you talk with them? Hui. Oh, ich muss den Randomizer raussuchen. Wie immer. Und generate. Okay, Bauklötzchen und cheerful. Fröhlich. Da. Yay. Nein. Geburtstagskerzen. Er ist süß. Ja, meinetwegen darfst du heute bei Mama im Bett schlafen. Kein Problem. Deine Schwester kann morgen wahrscheinlich ihre Fähigkeiten erreichen. Und dann können wir die beiden zusammen in Crate the Simmer mal kurz stecken. So, wir werden ihm einfach just go away in. Weil ich brauche ihn gerade erstmal nicht. Er kann gehen. Okay, es ist vielleicht auch nicht so gut, wenn er hier schläft. Aber ich kann leider gerade nicht. Also ich könnte das. Oder ich verkaufe das kurz schon mal. Ich mache das schon mal ready für die. Ich habe den hier oben übrigens keine Dings hingehängt. Keine Leuchten, ne. So, dann kommt da eine hin. Und da. Und die hängen wir jetzt endlich mal höher. So, und dann nehmen wir nochmal dieselben Betten. Da brauchen wir jetzt ja wieder zwei davon. So, und wie wir das jetzt aufstellen. Ich weiß das ehrlich gesagt selber nicht. So, es sieht jetzt nicht toll aus oder so. Aber wir brauchen ein größeres Haus. Und dafür brauchen wir leider auch Geld. Ich werde einfach noch ein bisschen halt Geld suchen. Und dann werden wir halt gucken, wie wir dann das machen. Und so. Aber es ist halt der Plan, dass ich einfach mir ein neues Haus raussuche. Ich könnte das auch offscreen machen, dass ich dann halt mir was raussuche. Und dass ich halt die Sachen, die wir gerade so besitzen, dass ich die halt behalte. Ja, und dass wir dann halt, äh, das quasi alles ein bisschen besser einrichten können. Ja, und vielleicht haben wir dann auch mehrere Badezimmer. Aber das müssen wir halt dann gucken. Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt was finde, was ich halt so nutzen kann. Aber, ja. Das sehen wir dann. Okay, es ist jetzt 5 Uhr morgens. Und ich habe ehrlich gesagt, kein Bock mehr auf die Kids. Ähm. Es ist ja immer noch Dienstag. Deswegen werde ich jetzt einfach beide Eltern. Weil. Ach, Alter. Ich kann keine Sekunde schlafen. Ich komme einfach gar nicht klar auf mein Leben. Deswegen. Just go away. Ach, der Randomizer. Moment. Zack. Zack. Unabhängig. Okay. No. Süßes Kind ist süß. Dann können wir vier Leute umstylen. Woo. Also gleich, wenn sie dann halt hier auch ihr Level erreicht hat. Oh Gott, sie hat ganz schön Hunger. Ich stelle denen am besten schon mal was hin. Hallo. Hör auf. So. Jetzt aber. Hör auf, das Kind ins Bett bringen zu wollen. Verdammte Scheiße. Ist sie da festgeglitscht? Ich glaube schon. Ich glaube, ich kann die Betten so nicht stehen lassen. Das ist ein Problem. Kannst du dein verficktes Kind Eltern lassen? Und es ist ein energiegeladenes Kind. Nein, es ist wild. Es heißt wild. Okay. Meinetwegen heißt es wild. Oh, es kommen Geschenke per Post. Das ist sehr, sehr schön. Es ist so voll Hilfe. So, die Mutter muss jetzt unbedingt schlafen, Alter. Die kommt gar nicht mehr klar. So, sie begibt sich jetzt als Tablet. Und dann fehlt ihr jetzt nur noch 42 Prozent. Dann hat sie das hier fertig. Super. Dann können wir sie auch altern lassen. Oh, Scheiße. Er muss ja auch zur Schule. Muss du nicht zur Schule? Nö. Er muss halt ja noch nicht zur Schule. Okay, das ist ganz gut. Okay, jetzt kam Post. Die muss ich mal kurz holen. Ich meine, dir geht es richtig scheiße. Aber das muss ich mal kurz machen. So, das ist Spielzeug. Das können wir erstmal verkaufen. Das brauchen wir gerade nicht. So, 115. Perfekt, ey. So, dann du kochst am besten nochmal was kurz frisch. Wie alle anderen auch. Oh, Pfannkuchen. Geil. Stimmt, die kann ich ja auch verkaufen. Zack, zack. So. Wir werden vielleicht, ich hoffe, ich werde irgendwas finden, was halt mehr Raum bietet. Und dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen leerer wirken. Aber das passt schon. Level 3, ja. 11 Kerzen auszubladen für Kiara. Dann gehst du aber nicht schlafen, Schotzi. Okay, ähm. Weiter geht's. Okay, auch die Bauklötze und Notenblätter. Musikliebhaber. Uh. Cutie. Okay. Aber. Das kriegen wir alles fertig. Hör auf. Gut, ich würde sagen, ich schneide euch jetzt einfach hinten dran nochmal das Makeover. Ich werde vielleicht noch darüber reden. Wir werden sehen, wie lange das dann dauert. Dass das, ob es dann halt so ist. Äh, ich denke, ich werde darüber reden. Ich werde das ja gleich sehen. Ähm, weil das Makeover würde jetzt den Rahmen für mich wieder sprengen, weil ich nehme jetzt schon wieder viel zu lange auf. Also schon doch eine beachtliche Zeit. Und, ähm. Ja. Wie gesagt, ich zeige euch das Makeover. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich mache aber noch eine richtige Verabschiedung. So, da bin ich wieder. Und, ähm, ja. Wir gestalten jetzt erstmal unsere Kinder um. Und ihr werdet gleich sehen. Das dauert ja noch ein bisschen das Video. Und, ähm, ich zeige euch dann halt, dass ich halt ein neues Haus rausgesucht habe. Und wie ich das ein bisschen umgestaltet habe. Es ist, glaube ich, nicht alles drauf. Also es fehlt irgendwie, wie ich ein paar Wände tapeziere und ein bisschen was, äh, farblich einfach umgeändert habe. Es ist aber nicht viel. Deswegen dachte ich so, okay. Es wird jetzt keinen so großartig stören. Ich meine, ich werde euch ja im nächsten Part das Haus nochmal in Ruhe zeigen. Aber ich dachte, ich wollte das jetzt unbedingt noch in den Part reinbringen. Weil der Part ist sonst jetzt hier gerade nur zwölf Minuten oder so lang gewesen. Und, naja, zwölf Minuten ist natürlich jetzt nicht so viel. Okay. Aber dafür habe ich halt anderthalb Stunden aufgenommen. Und deswegen, ähm, ich hatte halt nicht mehr so die Kraft aufzunehmen. Man hat auch gemerkt, dass ich teilweise ein bisschen verduselt bin. Ich meine, ich habe meine Sims Schatzi genannt. Wenn euch das irgendwie aufgefallen ist. Und das ist etwas, was nicht so normal ist. Deswegen, äh, ich bitte das zu entschuldigen. Ich bin einfach nur ein bisschen sehr müde. Und, ähm, die lange Aufnahme hat das in dem Fall jetzt nicht gebessert. Aber, ja. Also ich bin zufrieden mit den Sims, wie sie jetzt hier so geworden sind übrigens. Und, ähm, mit dem neuen Haus bin ich jetzt noch nicht so ganz zufrieden. Aber so als Übergang ist es auf jeden Fall besser als, ähm, das Haus, was wir jetzt als erstes hatten. Ähm, ich hatte auch übrigens nicht erwartet, dass ich es so schnell umziehen möchte. Aber, ähm, man muss halt so bedenken. Ähm, ich habe einfach unterschätzt, wie viel Platz Betten und so einnehmen. Und, ähm, ja. Das war halt dann einfach nur das Problem dabei. Aber, ähm, letztendlich konnten wir das jetzt ein bisschen besser lösen. Ähm, ihr werdet das jetzt noch sehen. Aber, ähm, ich habe halt es so gemacht, dass, ähm, dass Kinder, also Teenager dann am Ende, letzten Endes, also Teenager und Kinder kommen in ein Zimmer. Und die Kleinkinder sind, ähm, in einem extra Raum. Und da sind dann halt auch ein paar, also deren Tablets und, äh, die Bauklötze. Das ist ja das einzige Spiel, sowas wir zur Zeit haben. Das Puppenhaus steht dann halt im Flur. So, das werdet ihr dann jetzt gleich noch sehen. Ich habe übrigens viel an diesem Haus geändert, doch. Also, jetzt nicht am Grundriss oder so. Äh, also nicht viel zumindest. Aber, ähm, diese Fenster haben mich absolut komplett getriggert. Die werde ich einfach, ich werde die im Laufe des Videos, äh, was ihr jetzt hier noch sehen werdet, äh, werde ich die einmal komplett abreißen. Und neu setzen. Sie sind jetzt nicht perfekt so. Es ist jetzt auch nicht das beste Haus der Welt. Aber, wie gesagt, es ist einfach gerade doch besser. Weil es halt einfach größer ist. Ähm, aber, ja. Ich habe mich da auch wieder ein bisschen verschätzt mit dem, was halt so Geld angeht und so. Also, ihr werdet sehen, dass ich da halt, ähm, erst habe ich diese ganz normalen Lampen, die halt jeder benutzt, wenn er ein Haus baut. Ähm, aber, ähm, die kosten 150 Simoleons. Und ich so, upsie, mein ganzes Geld ist weg. Ich kann nicht mal alles ausleuchten. Und da hatte ich, glaube ich, noch nicht mal die Wände tapeziert. Deswegen war ich so, hm, und das wäre eine Sache, die vielleicht ganz nett wäre. Und deswegen, ähm, ja, habe ich mich dann halt dann doch dazu entschieden, äh, diese Kinderlampe zu nehmen. Ähm, ich habe die halt dann runterskaliert. Die kostet halt nur 70. Und das macht halt doch schon einen ganz guten Unterschied. Ähm, weil, naja, wir brauchen das Geld nun mal. Das ist, das geht halt nicht anders. Und ich habe jetzt halt endlich mal einen Schreibtisch gekauft. Weil, ich hatte jetzt keinen Bock mehr, dass sie halt die ganze Zeit am Esstisch da dann ihre Bücher schreibt und so. Also, es hat mich komplett genervt. Ähm, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, dass sie sich einfach an diesen Schreibtisch setzen kann. Ähm, ja, ist halt dann doch nochmal ein bisschen schöner. Und es hat mich absolut getriggert. Also, dieses Grundstück nervt mich auch. Wir werden irgendwann dieses Grundstück wechseln. Allein, weil wir halt nur ein 20x20 Feld haben. Und da passt ja allgemein nicht so viel drauf. Aber, ähm, wenn du nach hinten bist, dann gehst du immer da so hoch. Wie ihr da gerade, glaube ich, auch so ein bisschen gesehen habt. Im Schneidurchlauf fällt das halt jetzt nicht so krass auf. Aber ich hing da so lange an dieser, äh, Dings dran. Boah, es hat mich absolut getriggert. Ich werde dieses Grundstück definitiv irgendwann noch wechseln. Aber bis es dazu kommt, dauert es halt noch eine Weile. Aber es wird auf jeden Fall passieren, weil ich habe keine Lust. Absolut gar nicht. Allein halt einfach wegen diesem Hausumbau. Weil ich werde das noch öfter machen müssen. Definitiv. Vor allem, wenn wir halt uns später auch mehr Sachen leisten können. Ich werde das dann wahrscheinlich wieder so machen, dass ich halt alle Sachen, die ich gerade so besitze, wieder in mein Inventar packe. Am besten ziehen wir dann um. Und, äh, verkaufen dann halt einfach das Haus. Wir, wir vernieren das am besten. Das Grundstück komplett. Und dann, ähm, können wir das ja dann easy machen, dass wir dann da umziehen. So, das war es jetzt auch schon so ziemlich von dem Haus. Ich finde, es ist halt besser. Es ist jetzt nicht perfekt, aber es ist ganz nett, denke ich. Ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss! Tschüss!